Konf... Hallo, brrrr, mischies, bratschikos und schrocks, Heute recken wir auf No Liar, Speech, Spacey, Feelings. Ja, er hat er direkt seit einem Monat. Und ich habe gehört, es wird uns was Großes erwarten am 1. November. Ich schätze mal ein Alpo. Ich hoffe halt. Ich finde, er hat einen guten Start hingelegt, dazu wie ich. Direction, 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 geballert und dann sind nur mehr Songs gemacht. Da steht Missing My Medicine, 1. auf 11. Mehr weiß ich nicht. Ich schätze mal ein Alpo. Oder ein Song. Okay, No Liar hat jetzt. Oder aber... Aber wahrscheinlich geht dann, er anfangen oder die Hopp machen. Ich glaube, ich müsste down sein, fliege wieder hoch. Verges, wenn ich's nicht aufschreib. Feelings, sie sind tot. Feelings, sie sind tot. Feelings, sie sind tot. Okay, bis jetzt. Immer ein richtig geiler Start. Im Hintergrund. Dieses Ding, das finde ich nicht so gut. Das finde ich so passend, finde ich. Das ist zu No Liar. Also dieses zweite Stimme-Hintergrund, das finde ich nicht so gut passt. Feelings, sie sind tot. Feelings, sie sind tot. Ich glaube, ich müsste down sein. Ich glaube, ich müsste down sein. Ich glaube, es müsste hoch sein. Verges, wenn ich's nicht aufschreib. Feelings, sie sind tot. Ich not. Sind das. Unsere Einladung ist nicht so gut, für das einfache Entschädchen. mehr einschlafen, sauber sein für zwei Tage, sag was ist in drei Jahren, werde ich da mein Hype haben, ich hab alles oder nichts, Kopf ist gefickt, Drogenkonsum, okay, geil gemacht, also das heißt, einmal schnell, einmal kurz, also richtig geiler Flowwechsel, ich könnte mir überhaupt no liar im schnell rappen, überhaupt nicht vorstellen und er hat auch schon dann gesetzt, also diese Songs vereite ich wirklich, womit Spaces zusammen arbeitet, weil die anderen feiern nicht so, ja, und wir rappten dann auf den letzten Song von no liar noch und dann rappten wir auf was anderes noch, was richtig geiles, ja, und ich sag euch, ich arbeite schon an meinem Album wieder, bald erwartet ihr euch was und die Neuzeit auf diesem Kanal und für das Stay a Victor Music Family forever gehören wollen, abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen, dass ihr mich so, wenn ihr weitere Songs und Reactions wolltet, supportet kein Mord, ihr wisst Bescheid, und hallo die mich schon abonniert haben, hallo Bramiskis, Bratschik, Bromiskis, Bromiskis, weiter geht's. Ich weiß, dass ich mal glücklicher war, doch denke nie zurück, wie es war. Okay, da hört man ein bisschen ein Teil, also, genau, wir haben noch nicht, gar nicht geschaut, bei Mixumaster wahrscheinlich, hat das wieder mal No Liar gemacht, Mixumaster, No Liar, Ah, schnitt auch, okay, Kamerad, das ist mal wer andere gemacht, okay, ist wieder wahrscheinlich ein Freebeat, ja, weiter geht's. Damals war der Himmel noch blau, heute fühl ich mich nur noch taub. Eine Sache finde ich komisch, sie machen nur solche ganz traurigen Songs, ich habe aber wirklich nie als so tief empfunden, genau, und schauen wir mal, ob wer schon auf den Song reaktet hat, ob wir die Ersten sind, okay, wir sind die Ersten. Jetzt geben wir mal No Liar ein. Oh ja. Ja. Nein, hat noch keine drauf reaktet. Ja, dieses Mal sind wirklich wir die Ersten, die drauf reaktet, ja, so, kassieren wir mehr Aufrufe, und so werden wir eine stärkere Community, und so kriege ich sicher mehr Songs, also mehr Abos und eine größere Reichweite mit meinen Songs, bis es weitergeht. Okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, aber richtig geil, ich glaube, Spacy und Liar, wenn es mich nicht täuscht, zusammen gesungen, ja, ich glaube, zusammen gerappt. Aber bis jetzt richtig geil, Part richtig geil von No Liar, fahre ich das erste Mal, Freehook auch geil, schauen wir mal, wie der zweite Teil der Hook, also das zweite Mal die Hook wird. Ich glaube, ich müsste down sein, fliege wieder hoch, vergesst, wenn ich nicht aufschreibe, feelings, sie sind tot, feelings, sie sind tot, ich bin vor allem gespannt auf den Part von Spacy. Feelings, sie sind tot, feelings, sie sind tot, ich glaube, ich müsste down sein, fliege wieder hoch, Okay, Video auch geil, halt nicht so viel Wechsel, aber dazwischen wurde halt immer solche Aufnahmen halt dazwischen geschnitten. Und Liar hat da voll die langen Haare, finde ich halt nicht, dass sie stehen, aber egal. Also Video auch geil, aber bis jetzt eher mehr, mir gefällt eher mehr der Song als das Video. Also auch geil, abwechslungsreiches Video. Feelings, sie sind tot, feelings, sie sind tot, ja, ich kann das, Alles nicht mehr sehen, renne wieder los, aber suche meinen Weg, alles ist okay. Seit wann kifft, seit wann kifft, Spacey, warum kiffen jetzt auf einmal alle Rapper? Ja, egal, auf jeden Fall, Spacey einfach wie immer krass und perfekt, einfach richtig geil. Part von No Liar auch einfach geil, Hook, dieses Mal finde ich besser, also Hook richtig geil, gelungen. Shoutout, grüße gehen raus und Part auch richtig geil. Sagen wir mal, wie Spacey sein Part wird, ob der No Liar sein Part übertrieben ist, aber ich glaube schon, weil ich Spacey einfach mehr feiere. Ja, das ist okay, wieder alles Lügen, glaub mir gar nichts, ist okay, ja. Ich hab gedacht, ich werd ein Star, glaub Gefühle nicht mehr da, bin besessen von dem Teufel, auf er bringt mich nicht ins Grab. Okay, mir gefällt trotzdem ein paar Spacey, Spacey, ein paar besser, aber No Liar hat auch für mich richtig geil abgeliefert, Hook. Hook war aber trotzdem nicht zu gut, finde ich wieder Part von No Liar. Okay, das war ein Teil von der, die Hook, damals war der Himmel noch blau. Ja, das war die Buick. Heute fühl ich mich nur noch taug. Geil. Geil. Ich bin nicht mich nicht täuscht, ich glaub, die Hook hat No Liar gemacht, der die Hook macht No Liar, Part, richtig geil, einfach, krass. No Liar ist unpart, auch geil, Hook, normal, krass. Geil, das würd ich mir so oft geben, einfach, geil, ist ja. Ich glaub, ich müsse down sein, fliege wieder hoch, vergesst, wenn ich nicht aufschrei, vergesst, wenn ich nicht aufschrei, feelings sie sind tot, feelings sie sind tot, feelings sie sind tot. Okay, da erwartet uns was krasses wahrscheinlich, da erwartet uns viel. Man kann sich die trauen geben, wenn man, wenn man halt gut gelaunt ist, aber sonst, glaub ich, kann man sie nicht so gut geben, wenn man halt gerade traurig ist, aber sonst richtig geil. Da wird uns viel erwarten, ich schätze mal ein Album oder ein EP, aber ich schätze mal ein Album, wird uns erwarten, also wer will, ich werde auf alles das reackten, auf diese zwei Sachen, 1. November und überlebt, 18. Oktober, ich werde auf alles reackten. Wenn ihr wollt, dass ich der Erste bin, dann abonniert den Kanal und informiert mich sofort per Kommentare. Ich hab immer die Glocke aktiviert von den Kommentaren und kann sofort drauf reackten, dann ciao.